Herzlich willkommen bei der Top 100 Selektion von Pörl TV. Sehen Sie jetzt ausgewählte Spitzenprodukte für Sie als anspruchsvollen Zuschauer. Ja, jetzt sind wir wieder bei unserer Top 100 Selektion. Das heißt, das Beste vom Besten. Die besten Produkte aus einer Produktkategorie. Und ich kann Ihnen versprechen, jetzt wird's haarig. Aber eben, es geht um Haarpflege. Und auch wir Männer sollten natürlich darauf achten, dass mal der Bart ein bisschen gestutzt wird. Dass man glatt rasiert ist, wenn man keinen Bart trägt. Oder dass auch mal die Kanten nachgeschliffen werden. Und genau dafür hast du uns, Ingo, das Richtige mitgebracht. Und am Anfang tun wir mit einem Langhaarschneider oder auch Konturenschneider, würde ich jetzt mal sagen, oder? Ja, das ist ein Haar- und Bartschneider. So sieht er aus. Super schick. Er kommt in diesen Ständer hier. Die haben wir mal reingestellt. Der ist mit Akku. Das heißt, Sie brauchen keine Kabel ran zu machen. Der hat bis zu 60 Minuten dann Akkuleistung. So, dieser Rasierer ist einmal, es können viele Langhaarschneider gibt es natürlich. Aber dieser ist besonders, weil er so viele tolle Features hat. Wenn wir den anmachen, sehen wir hier im kleinen Display, wie viel Strom noch drauf ist. Da sieht man also immer, wie viel die Ladung da ist. Was ich beeindruckend bei dem hier finde, er geht von, die Länge des Schnitts lässt sich von einem Millimeter bis 30 Millimeter stufenlos einstellen. Wir haben drei Aufsätze dafür, mit denen wir das machen können. Ich setze hier einfach mal einen drauf. Und da sehen Sie schon, wie einfach das geht. Sie setzen das hier rauf und klicken es einfach hier hinten fest. So, das können auch viele. Was hier besonders ist, wir können den hier feststellen, dass der sich also nicht mehr hoch und runter bewegt. Das ist unglaublich wichtig. Es gibt diesen mit diesem Wabbligen, wo das so einfach raufgesteckt wird. Und danach schiebt man das hoch und runter. Und dann schneidet man sich die Haare und plötzlich so zack, rutscht es rein. Und dann hat man hier so ein Loch drin. Das kann man hier richtig feststellen. Und dann hier, schauen Sie mal, Sie müssen auch nicht selber mit den Händen den hoch und runter stellen. Sie haben hier so ein Rad. Da wird dann die Länge eben eingestellt. Ich muss sie eben wieder losstellen. Sehen Sie das? Dann geht es hier hoch und runter. Und so kann ich jetzt, je nachdem, welchen Aufsatz ich drauf habe, zwischen einem Millimeter und 30 Millimeter lang abschneiden. Abschneiden ist natürlich super interessant für Männer, die einen Bart tragen. Magst du Männer mit Bartmärbe? Die Frage musste kommen. Ja, also drei Tage Bart eher. So ein drei Tage Bart. Ja, genau, aber das kann man ja auch damit rasieren. Das wäre nur drei, vier Millimeter. Perfekt. Genau so, genau. Aber so ein Vollbart, das ist nicht meins. Also Herren mit Vollbart, schnell rasieren gehen. Aber ich finde das natürlich klasse. Was mir auch so von auffällt, ist diese Skalierung. Man muss nicht abschätzen, wie viele Millimeter sind das. Man sieht es sofort auch als Laie. Ich weiß, viele Frauen schneiden ihren Haare, ihren Männern auch die Haare. Damit wird es natürlich einfacher. Oder auch den Kindern. Und ich finde das einfach klasse. Und auch wir Männer sollten natürlich Wert auf gepflegtes Aussehen legen. Die Koteletten müssen mal gerade geschnitten werden. Vielleicht auch, wenn man Bart trägt, unten das Kinn oder den Hals ausrasieren. Und das alles geht für 23,74 Euro. Ja, unglaublicher Preis. Und ich muss auch sagen, der sieht gut aus. Es gibt Bartschneider, den möchte ich nicht im Bart stehen haben. Oder Haarschneider. Der sieht richtig schick aus. Der glänzt richtig hier. Sie sehen das, diese Klavierlackoptik. Aber ich mache mir hier auch ab und zu die Koteletten und hier die Kanten ein bisschen. Weil da wachsen Haare und das möchte ich vielleicht nicht unbedingt. Oder meine Augenbrauen hier dazwischen. Das kann man ganz einfach selber machen mit so einem hervorragenden Haar- und Bartschneider eben. Weil der eben sicher ist. Der bleibt auf der Länge, mit der man es eingestellt hat. Hier hinten haben wir den Verriegelungsknopf. Ich sehe immer, wie voll er ist an diesem Display. Ich zeige Ihnen das nochmal. Haben Sie gesehen? 96 Prozent. Das leuchtet sogar noch ein bisschen nach. Er kommt in diesen tollen Ständer. Das heißt, ich muss in den Bartschneider selber kein prögliches Kabel reinfummeln irgendwie. Das ist alles in dem Ständer. Da legt man ihn rein, dann wird er automatisch geladen. Und er ist natürlich auch sehr schick. Das ist sehr wichtig, weil im Bart muss natürlich auch alles sehr schick aussehen. Wird Ihnen Ihr Partner vielleicht auch schon mal gesagt haben? Die Damen sind mit Sicherheit sehr, sehr wichtig. Und vielleicht auch mal an andere Mitglieder der Familie denken, die vielleicht ein bisschen so eine Slotterfrisur haben. Dass sie sich mal den Bart etwas nachstoßen. Kinder übrigens auch, die mögen das ja so ganz exakt rasiert irgendwas da rein haben. Kann man hiermit natürlich auch super machen. So einen Scheitel reinrasieren. Da sind die Muttis gefragt. Da sind doch die Muttis. Einfach mal ein interessantes Muster. Probier es mal aus bei euch. Mach mal beim Ingo irgendein Muster in die Seite. Nein, Spaß beiseite. Aber ich finde sowas toll. Für 23,74 Euro. Die Bestellnummer für unseren Haar- und Bartschneider-Akku betrieben, der auch noch gut aussieht. Alles Zubehör ist dabei. Die Bestellnummer ist die NC 2441 und die 569. Und jetzt kommen wir zu unserem, das können wir nicht wirklich sagen, zu unserem besten elektrischen Rasierer. Also ich mag es gerne rasiert zu sein. Und zwar gründlich. Und damit kann man sich richtig gründlich glatt rasieren. Ja, ich gebe dir mal einen davon, Merve. Auch der, erst mal die Optik, ist schon mal super, super schick. Edel, wirklich edel. Man will sowas Schönes im Bad stehen haben und auch zeigen. Das ist nicht einer, den man in die Schublade stecken muss. Das ist ein sehr edel aussehender Rasierer. Der zeichnet sich dadurch aus. Und dann haben wir oben, sehen Sie schon, diese drei Scherköpfe. Das sind diese Drehscherköpfe, die eben wirklich sehr gründlich rasieren einerseits. Aber auch andernfalls, wenn wir hier oben drauf drücken, so ein bisschen, dann sehen Sie, dass das flexibel ist. Sehen Sie das? Das passt Ihnen natürlich der Gesichtsform an mit dieser Funktion. Das ist es. Damit jede Kante und jedes Härchen erwischt wird. Also ich habe keine Gesichtsbehaarung, aber falls, würde ich den nehmen. Ja, es ist vor allem, weißt du, als Mann macht man sonst immer diese Gesichter. Ja, genau. Den Kinn und da. Dann schneidet man sich ein bisschen hier am Hals immer. Das ist bei Nassrasur, mit dem kann man sich gar nicht schneiden. Ja, genau. Aber damit hast du dann eben, brauchst du eben, das ist es noch besser. Das meinte ich ja, das meinte ich ja, damit schneidet man sich nicht. Ja, aber du brauchst auch nicht mehr dein Gesichter, deinem Rasierer anzupassen. Der Rasierer passt sich deiner Gesichtsform an. Hier beim Kinn ist das immer so eine Sache, hier so unter der Nase. Das ist sehr, sehr praktisch und er rasiert ganz hervorragend. Ist ganz leicht sauber zu machen. Schauen Sie mal, das ist doch ein Schmuckstück ohne Gleichen hier. Ja. In dieser Chromoptik mit diesem schwarzen Lack. Was ich hier natürlich schön finde, du hast ihn sofort griffbereit. Er steht so im Baden, dass er griffbereit. Und gerade für uns Männer. Also viele werden das jetzt nachvollziehen, was ich sagen kann. Ich rasiere mich immer frühmorgens. Wenn ich aber abends noch weggehen will, dann sehe ich einfach wieder unrasiert aus. Das heißt, man muss sich einfach dann noch ein zweites Mal rasieren. Dann schnappt man den einfach, wuff, und es ist passiert. Und man ist wieder glatt, wie sagt man so schön, wie ein Kinderpopo. Die Frauen lieben das. Und ich muss sagen, ich liebe es auch, wenn ich ohne großen Aufwand mich rasieren kann. Und wasserdicht ist auch noch, Ingo. Das ist der Hammer, ne? Der ist wasserdicht. Du hast es ganz richtig gesagt, wir Männer machen das normalerweise morgens. Und jede Minute im Bad ist zu lange eigentlich, ne? Stimmt. Mit dem können sie sich jetzt unter die Dusche stellen und sich unter der Dusche damit rasieren. Das ist eine Zeitersparnis. Außerdem ist er dadurch natürlich auch sehr leicht sauber zu machen. Einfach hier ausspülen und schon ist er wieder sauber und wie neu. Er funktioniert auch mit Akku hier. Und diese Scherköpfe nennen sich 3D-Scherköpfe, weil die sich halt hier anpassen. Ihre Gesichtsform. Der hält übrigens 40 Minuten mit einer Akkuladung und hat an der Seite nochmal hier, wenn Sie das sehen wollen, einen kleinen Konturenschneider, mit dem Sie dann eben nochmal hier Kanten an den Koteletten oder wenn Sie einen Bart haben oder so einen Oberlippenbart, können Sie das hier ganz einfach nochmal ganz fein nachschneiden. Hier, der klappt sich ganz einfach raus. Das ist auch nicht normal und schon gar nicht in dieser Preisklasse. Wir haben hier einen wunderschönen Rasierer, der wirklich hervorragend rasiert, den man nass und trocken betreiben kann und kommt in dieser super Optik in diesen Ständer. Und auch hier haben wir wieder diesen Ständer, der eben gleichzeitig den Rasierer lädt. Das heißt, ich muss kein Kabel irgendwo reinbröckeln. Ja, und jetzt könnte man annehmen, so ein hochklassiger 3D-Rasierer, der würde Unmengen von Geld kosten, 60, 70, 80, 90 Euro. Ich glaube, das haben Sie sicher schon mal gesehen. Nein, 25,64 Euro. Und das ist ein Wahnsinnspreis für diese Qualität, dieses Akku-Rasierers. Es ist unser beliebtester Elektro-Rasierer. Er war schon mehrfach ausverkauft, jetzt ist er wieder lieferbar. Sie können sich den holen, aber meine Damen, das ist vielleicht auch mal schon ein bisschen vorausdenken, so eine schöne Kleinigkeit, die man zu Ostern verschenken kann. Die Bestellnummer ist die NX3927 und die 569. Beide Geräte, die wir Ihnen gezeigt haben, sind akkubetrieben. Im Ladekabel ist jeweils dabei. Sollten Sie jetzt kein adäquates Netzteil zu Hause haben, dann haben wir auch noch eins im Angebot für Sie. Ja, wir haben hier diese beiden Geräte Ihnen gezeigt. Die laden sich mit einem USB-Kabel. Wenn Sie ein Netzteil dafür holen wollen, das passt übrigens für beide, haben wir es hier natürlich auch für Sie im Angebot, ganz einfach dazu bestellen. Auch im eleganten Schwarz, das passt natürlich im Design dazu. Unsere Rasierer sind so super schick, finde ich. Das ist eben das Tolle, dass man die ins Bad stellen kann. Die sind ein echtes Schmuckstück, oder? Also, das Teil einfach dazu bestellen mit der Bestellnummer SD2201 und der 569 und der Preis 5,69 Euro. Wir alle, auch eben wir Männer, sollten ein bisschen Wert auf unser Äußeres legen, dass wir glatt rasiert sind, dass die Koteletten nicht über sind. Du hast was Wichtiges gesagt, dass die Augenbrauen nicht übern, wie bei früheren Finanzministern. Also, ran ans Telefon, holen Sie sich das Beste.